FACE CAM Ich habe sieben von diesen Munitionen, bin hier in irgend so einer Höhle gefangen, komme sonst nicht mehr hinaus. Oh, jetzt sehe ich fast gar nichts mehr. Ich versuche noch ein bisschen zu gehen, bevor ich, kann ich auch springen, bevor ich meine nächste Flair verwende. Ich habe wie gesagt nur sieben und muss irgendwie den Ausgang dieser Höhle finden. Ich weiß nicht, ob es da auch noch... Autsch, wieder nicht so gut getroffen. Nein, war das unnötig. Ich komme mir so vor, als würde ich im Kreis gehen. Ich weiß nicht, ob es hier auch feindliche Gegner gibt, die mir irgendwie zu nahe treten wollen. Ich laufe mal noch ein wenig. Einfach nur so entlang anscheinend. Was war das? Anscheinend leuchtet meine Waffe auch ein wenig. Okay, hier geht es lang. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie es hier aussieht. Das war nicht so schlau, dass ich die Flair hier über die... Wer macht diese Geräusche? Wer macht diese Geräusche? Ich höre doch Schritte. Bitte. Hat jemand mitgezählt? Das dürfte meine fünfte sein. Danach bin ich ganz allein. Nur mehr die Dunkelheit und ich. Wer macht hier diese Schritte? Wo komme ich hier in die Höhle? Das sieht nach einer Sackgasse aus. Oder nein? Oh, da hinten! Ist es das? Was war das? Was war das? Was war das? Ich sag's dir! Ich knall dich ab, Mann! Ich komme hier nicht zu nahe, komme hier nicht zu nahe. Ich kann nicht zu nahe. Ich kann nicht hinfahren. Das ging jetzt schnell. Ein kleiner Schockmoment. Ja? Das war easy. Du war der Leid! Ich darf nicht. Mach das ich dir nicht. Ja? . Untertitelung des ZDF, 2020